UNTERTITELUNG Am ersten Tag fangen wir an mit einer detaillierten Analyse. Wir gucken uns ganz genau an, welche Schwachpunkte und welche Stärken die Spieler haben. Und darüber kommen wir dann mit einem Konzept, wie wir diese Sachen in einer Woche verändern wollen. Das schreiben wir dann auf und machen uns einen klaren Plan, eine strukturierte Trainingsgruppe daraus zu bilden. Das wichtigste für uns ist die Qualität. Die Qualität ist nur dann gegeben, wenn wir maximal zwei Spieler am Platz haben. Wenn es noch mehr Spieler sind, wird es irgendwann zum Rundlauf auf dem Platz. Es wird irgendwann ein Spaßcamp. Wir wollen eine hohe Qualität bieten, wir wollen eine hohe Intensität bieten. Und das kann ich nur machen, indem ich genügend Zeit habe, mich mit jedem Spieler einzeln auseinanderzusetzen. Eine weitere Besonderheit unseres Trainings ist, dass wir einen Konditionstrainer haben, der ganztägig zur Verfügung ist. Der den Kindern erstmal das Warm-Up beibringt. Die Koalitionsübungen, Stabitraining, Intervallläufe, Beweglichkeitseinheiten und so weiter und so fort. Wir decken da das ganze Spektrum ab und in der Woche, denke ich, können viele Kinder da viel dazulernen. Wir trainieren von den Kuhfängen hier nicht ganz so viel wie mit den Profis, wollen aber die Kinder an ihr persönliches Maximum bringen und sie an ihre maximale Leistungsfähigkeit in dieser Woche heranführen, dass sie abends dann auch selig, fröhlich, aber extrem müde einschlafen können. Die Koalitionsübungen, Stabitraining, Stabitraining und Spassionierenthalungen, Fröhlich, und sie an ihre Charakterein. Schmerzen, Stabitraining und Stabitraining, Stabitraining, Stabitraining. Untertitelung des ZDF, 2020